Tommy, Schatz, was malst du da? Wer ist Vernon? Er steht neben dir. Hier ist niemand, Schatz. Er sieht Menschen, die niemand sehen kann. Schatz, er hat einen Fantasiefreund, das ist ganz normal. Er sieht sie überall. Vernon, komm raus. Es scheint, als hätte ihr so einen Zugang zur Geisterwelt. Sie meinen, Tommy kann mit den Toten reden? Es besteht die Gefahr, dass er in ihrer Welt übertritt. Für immer. Tommy! Du musst sofort nach Hause kommen, er ist wie ferngesteuert. Tommy, bleib bei mir. Ich heiße Vernon.